Willkommen von den Fragsgeräten, ich hab auch gesagt von dem Fragter und das ist World of Lags Und wir fanden noch 3er Zug, jetzt im Tierachterbereich, ja wir düdeln da fröhlich durch Und mit dem Start zum Mieser der Visco und der Bat-X-VC Das ist sensationell ey, die rote Lampe wird gar nicht mehr ausgeben Nee, von hier ist schon der Dyloma, hat's Express Ja Also, Ingi, ist die Sound-Mod wirklich ein bisschen durcheinander, oder? Also, Red Dog ist ein Bier Da, dass die so einen klaren Scheiß-Sprotter verloren haben und wir den WT Das ist halt, weil die, ja, die alte Hinstürmung unserer Waffe träge eher in 100 Ach, ach Geladen! Was, da geht's noch? Ja, kannst du ein bisschen hier snipern? Den 140 her, das wäre mir sehr liebensgewürzig Wer denn? Was denn? Hey, hier! Da kommst du doch gar nicht dran Ich auch nicht Ich auch nicht Super Das hab ich ja auch vorher schon gesagt Ja, das ist wenn man halt helfen will, sonst ist die ganze Zeit gleich komplett down Super Einfach so hinschauen, dass man wirken kann Nein, guck mal was hinter dir steht Guck mal was hinter dir steht Wo stehen die? Ja, trotzdem, aber guck mal was hinter dir steht Die stehen so, dass sie nicht wirken können, weil sie blödsinn Da sollen wir zwei Zwerge sollen das reißen Genau, im Tier 10 Gefecht mit AR8ern Da muss ich mal an die Gegner Team LOL schreiben, ich hab noch zwei Strukturpunkte, da irgendjemand ärgert sich gerade So, und hier drüben auf der anderen Seite ist nur die kleine Krabbelachter, ne? Klar, weil ein 10er und ein 9er von uns schon fällig sind Und die bis jetzt nur 7er und 8er verloren haben Ja, weil die andere Seite nur 8er sind, die Dicken sind ja bei euch auf der Seite Hey, 2 und 3, 1, so steh ich ihm aus, sensationell Ich hab grad ein 700er Ping Jupp, danke Jupp, danke Ah ja, bitte Der hat mich die Kassette behakt, hat noch zwei Struktur, das war nur fair Geltet Übrigens fährst du auf WT-E100 zu, der da vorne steht Was fahr ich? Auf den Tier 10 Waffenträger zu Wenn der Glück hat, ist er am Nachladen Ich hoffe, du bist geladen Ich hoffe, nur zwei Stücke, vier Stücke Ich hoffe, dass sie nicht während der Fahrt war und ein bisschen nachgeladen oder so Egal Weil ich so lange gar nicht fahren kann Dass ich dann nachladen könnte Wo sind die? Ach, die fahren alle zurück Äh 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 Ich könnte eigentlich mal Reparieren, gell Aber eigentlich könnte ich es doch lassen, weil wir das eh verlieren Das ist völlig unnötig, wer Geld verbrennt Und die ganze dann vor 30 Minuten Okay, nur Motor kaputt, Kette kaputt und zwei Strukturpunkte Und die Gegner sind am Ja Ja Gab Ah Nirvana Jupp Schön Oh Und gerade verloren Scheißweg Macht doch nichts Mal gewinnt man Ja Also Es ist schon geil, dass die Achte im Vergleich zu die Zehne wieder mal Ja Also dann bis bald, Leute Und tschö Tschö